Hallo liebe Freunde. Deutschland ist in großer Gefahr. Sowohl die Masseneinwanderung wie auch die Bedrohung durch die Euro-Krise stellen Deutschland vor ganz große Herausforderungen und bedrohen unsere Zukunft. Nur die AfD ist in der Lage hier dem Wirken der Altparteien entgegenzutreten. Am 27. Mai wird hier in Berlin eine Großdemo stattfinden unter dem Thema Zukunft Deutschland. Ich fordere Sie auf, kommen auch Sie dahin, unterstützen Sie uns, tun Sie etwas für die Zukunft Deutschlands.